das ist auf der beendet Brunner alle so schützt fest was sind das denn verpackt und ansteckend nächstes ist der Baum draußen oder so eine runde sniper geht sicher in die hose mache ich jetzt bis ich ein kill habe okay mache ich ja auch also das heißt ich wechsle dieses spiel gar nicht ich bin ich verarschen wo bin ich hier praktisch vor ich hab den mit dem quickscope getroffen das war ein bisschen fies mal schauen wie viele kitzchen kriegt ja keinen das war netze super ich habe schon einen okay ich habe 00 okay ich habe auch ein ich habe noch ein da manchmal denke ich mir einfach da machst du ja nichts okay wird wieder ein gespielt kommt schon pro komm raus so jetzt kommt er die beste leuchten den ich am brot er hatte ich schon gesehen da ich fast gemessert alter da habe ich mir gegen das 5 1 das kann doch nicht sein alter zweifach kistchen werde ich hier tötet und jonas kaufst du dir ghosts ich weiß es noch nicht aber manchmal denke ich mir halt einfach dann machst du ja nix wmf begoo snibbelt immer noch bei einem brustischen krieg kostet das glaube ich nur 25 euro leon das ist echt das ist echt so das neue schlecht eigentlich will sie mich verarschen wmf begoo snibbelt immer noch nicht weißt du gegen so eine scheiß scorpion da machst du echt nix oh gott da kann man durchs fenster alter ja warum hat ja einer eigentlich so eine hässliche nicht durchdringungsrate höh was meinst du damit dass die keine wände durchdringt tut zu tun oder nee gar nichts wer geht quickscope alter das war letzten so ein pro shit erster quickscope hitmarker was wird man was für eine cementer hat mich da getötet ohne andere erster quickscope und bekommen hitmarker zweiter quickscope tot alter ich mach grad übelsten sniper pro shit holy moly nicht manchmal macht es wieder einfach ja nicht ah ah 1 2 p oder 2 1 2 gesehen wir dahin gelaufen dich habe ich wohl hier sehen so noch einen ströhnchen alter ja ja c4 c4 oder klingelt wohl das telefon das ist ja nicht super so ich mal raus das war gg 14 4 mit sniper ok jetzt kommt der pro shit das war pro pro und jetzt jetzt holy moly will es haben kreuzer am zahlreiber machte ich mal ja so in der tschild erstes was ich jetzt mal macht dies hier haben was braucht man nicht scheiße noch kein vollmantel noch man schafft auf m m zu ordentlichen schafft und wird auch j so das tor bes j so